Nimmst du jetzt alles auf? Nur um die Sequenzen. Ich dachte, wir machen eben mal ein Tor auf hier. Jetzt kommt's, pass auf. Schöne Knähte am Kopf. Man muss doch mal ein 1 zu 0 gegen die Sicht verwalten zu müssen. Wir wissen jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche Fußballer.